Um ein neues Projekt zu erstellen, können Sie in der Menüleiste Datei Neues Projekt auswählen oder in der Werkzeugleiste den Pfeil neben dem grünen Plus-Symbol klicken und Neues Projekt auswählen. Geben Sie in dem Assistenten, der sich öffnet, den Namen sowie eine Beschreibung des Projekts ein und schließen Sie den Prozess durch Klicken der Anlegen-Schaltfläche ab. Beim Erstellen werden Ihnen in dem Projekt automatisch die Rollen des Projektmanagers und des Editors sowie die Berechtigung zum Löschen zugewiesen. Projekte können von Nutzern mit der Projektmanager-Rolle deaktiviert, reaktiviert oder gelöscht werden.